Moin Leute, willkommen zurück bei Evolve. Heute dürfen wir als Trapper spielen. Und zwar werde ich Gryphon nehmen, denn wir müssen Ape noch freischalten. Und dafür muss ich mit der Gauss-MP noch ein bisschen Schaden zufügen. Das bekommen wir auf jeden Fall hin. Ich nehme einfach mal den Schadensbonus, damit ich halt schneller level. Wir haben Kaira, wir haben Bucket und wir haben Markov. Oh, das Team. Das Team gefällt mir echt gut. Und wir spielen gegen Goliath. Ja, da schauen wir nochmal, was wir drauf haben. Mal gucken, ob Goliath eher sneaky-beaky drauf ist oder ob er heute so richtig auspackt. Was ist das für ein Anzug? Ist das ein Kampfanzug oder was? Aalschuh. Aalschuh. Heißt das Leckmilch auf Marsianisch? Aal- und Schwerelosigkeitsumgebungsanzug. Ein Schweißanzug. Du warst Orbital-Schweißer. Ja. Jetzt haben wir es herausgefunden. Du warst Wissenschaftlerin. Biologin. Ich bin Wissenschaftlerin. Na ja, ich bin immer noch Wissenschaftlerin. Dein Granatwerfer. Ist das eine Wissenschaftlerwaffe? Nein. Nein. Wir sind jetzt Jäger. Unsere einzige Nation der Kampf. Unsere einzige Sprache, die Gewalt. Das hast du aber schön gesagt, Markov. So, ich packe mal eben hier direkt ein paar Dinger hin. Ach, da unten will er Blitze machen. Oh, Blitzeleoparden. Also Sprunghöhe oder so eine Scheiße, ne? Ja, genau. Sprunghöhe. Okay, alles klar. Äh, der erste Marker sitzt. Muss mal schauen, wo wir den zweiten hin platzieren. Hier oben drauf wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ja, müsste auch wieder hinkommen. So, von der Weite. Zack. Wir haben Ton. So, jetzt würde ich gerne da drüben irgendwo einen hinpacken. Ich will so ein bisschen die Map-Control halt haben, ne? Das ist immer das Wichtigste. Als Trapper musst du die Kontrolle über das Spiel gewinnen. So, wenn ich hier oben drauf packe, wenn das geht. Geht das? Komme ich da hoch? Ja, ne? Sehr schön. Okay. Ja, ja. Bleib du mal locker. Bucket. Die Ice Bucket Challenge. Der war low. Der war richtig low, Grants. So, noch ein Stichchen weiter. Wir haben uns ein bisschen zu krass aufgesplittet, muss ich ehrlich sagen. Halt dich fest. Ah, Griffin. Oh, mit mir. Hallo? Okay. Shit, da ist ein Tyrann, oder? Glaube ja. Komm hier nicht mehr hoch. Ich weiß, man muss Leertaste gedrückt halten, Leute. Und das mache ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Boah, wie der am Sneaken ist, dass wir den noch nicht gesehen haben. Das ist krass. So, ich würde hier gerne... ...seinsor anstecken. Geht doch. Okay. Vögel. Das heißt, dass ihr irgendwo Monster sind. Wer hat denn da hinten gemarkert gerade? Also, das war ja mal ein Schuss in den Ofen. Ja. Dieser scheiß Regen, ne? Der spielt dem auch total in die Karten, ne? Mehr Tempo. Okay, das war's. Euer Adrenalinspiegel ist wieder normal. Welche Richtung? In die... In die... Okay, also der ist in die Richtung von Machiavelle, oder wie auch immer der Bengel heißt, gegangen. Und er schleicht halt die ganze Zeit, ne? Weil ich habe ihn noch kein einziges Mal auf dem Sensor gehabt. Also wenn er Monster schleicht, dann äh, ja, Maggie ist dann einfach die geilste. Kann nix drüber gehen, über Maggie. Ich finde jedes Monster. An jedem anderen Tag wirst du mein erstes Ziel. So, rüber mit uns. Selbst Bucket findet ihn nicht. Das soll schon was heißen. Ja, wir spielen hier gerade echt ein richtig krasses Katze-Maus-Spiel. Da. Da hinten. Boah, schon wieder raus aus meinem Scheißfeld. Ne, hier brauche ich kein Ding an's mehr hinpacken. Er ist hier irgendwo am Rand. Hier hat er gefressen. Kopf auf Aufklärungsmissionen im Sand. Ob er hier irgendwo im Gebüsch am chillen ist? Leute, ich habe ihn. Ah, mir war so, als ob er da gechillt hat. Okay, er ist getrappt, Freunde. Und er wird versuchen, auf mich zu gehen. Hallo? Könnte Heal brauchen. Ich könnte echt Heal brauchen. Keira. Keira. Aber er ist ein guter. Er ist echt ein guter scheinbar, weil er will immer auf mich gehen. Lass den Scheiß. Hier, ich logge ihn in eine Mine. Oh, ich glaube, hier kommt er nicht hin. Sauber. Ich habe es überlebt. Das ist extrem wichtig, weil er sonst rauskommt. Dein Feueratem. Ich gehe mit und erhöhe und blitze Atem. Da ist er. Okay. Da kommt noch, Junge. Oh, jetzt will er auf Keira gehen. Hey, 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 hey. Ah, nicht getroffen. Und ich stürze ab. Shit. Shit. Oh Gott, bitte nicht. Hoch mit mir. Hoch, hoch, hoch. Wofür drücke ich denn die Leertaste? Wofür ist die da? Ich dachte, sie zum Springen. Geht doch. Danke. Krasse Sache, ey. Aber er ist doch hier genau durch meine Scheiß... Dinger durchgegangen. Also, der ist schon wieder am Schleichen, der Bengel, ne? Und wie ich ihn da echt in den Büschen sehe, ich den nur da am Rumgeiern, ey. Oh, ihr dreckigen Leoparden. Da oben ist mein Sensor immer noch drauf. Der ist garantiert da unten irgendwo hin. Hier hat er schnabuliert. Hier, hier entlang. Ach, da. Shit, ich gehe ja gerade komplett falsch. Aber er hat jetzt gerade keine Rüstung mehr, weil er Evolve ist. Wir müssen flüchten, wenn ihre Papshäung vernichtet wurde. Wir sollten also aufpassen. Kommt er mir entgegen? Ne, er rennt weg von mir, okay. Ich sollte... Auf jeden Fall probieren, mir den Weg abzuschneiden. Er versteckt sich. Ich lasse dich ausstopfen. Hey, 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 lass das. Ich weiß nicht, auf wen er da gerade gehen will. Na, er ist da drüben. Könnte sein, dass er jetzt gleich zu mir will. Obwohl, warte, ich bleib hier, weil hier sind sehr viele Minen. So, da kommt er zu Zorro. Okay, warte, du bleibst hier, mein Lieber. Habe ihn an der Angel. Shit, was ist mir dann losgekommen? Wo will er hin in der Regel? Wir gehen doch bestimmt hier rum, oder? Da hinten hat er nochmal aufgeschreckt. Das ist aber eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse, Freunde. Okay, warte, den können wir auf jeden Fall... So, okay. Hä? Wieso hat die, wieso hat die denn nicht getroffen gerade? Hier, bleib mal hier. Okay, warte. Komm schon. Das Heilungsfelsch ist bereit. Ich werfe den Käfig aus. Okay, wir haben ihn. Verdammt, der Schied ist weg. Wo ist er? Da. So, jetzt geht's an seine... an seine HP. So, warte. Okay, alle rauf, alle rauf. Bucket, platzier deine Dinger da. Platzier deine Türme, platzier deine Türme, Junge. Sauber. Wir sind der MP-Könner jetzt auf jeden Fall. Das heißt, wir haben damit Ape freigespielt. Endlich, endlich, endlich. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr wichtig. Fuck, Leine ist wieder los. Boah, der kassiert gerade richtig. Ja gut, aber jetzt ich auch. Okay. Und hoch mit mir. Das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Komm, ich weiß, dass ich... Oh shit, ich war der Letzte. Fuck. Ja, aber wenn ich weggerannt wäre, das hätte auch nichts gebracht. Also, ich hab nicht damit gerechnet, dass er uns jetzt so kaputt haut. Leute, war eine schöne Runde auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuschauen, sag ich schon mal. Nein, wir haben doch Ape freigespielt. Ha, verarscht. Wir wollen natürlich sehen, was wir hier an dieser Stelle nochmal geleistet haben. Und wollen dann natürlich hier... Endlich, Ape. Endlich, Ape. Es fehlt nur noch... Panel. Ich muss nur noch Panel freispielen, dann haben wir es geschafft, Leute. Dann haben wir alle Chars in diesem Spiel zum jetzigen Zeitpunkt freigespielt. Das wäre schon ziemlich cool. Da haben wir ihn. Wir haben Ape freigeschaltet. Sauber. Und, äh... Oh, direkt zwei neue... Dinger. Zwei neue... Ne, ihr wisst ja. 120 mal das Monster-Ding. 115 Sekunden lang ein Monster halten. Oha. Ja, da gibt's einiges zu tun. Wieder mal für uns, Freunde. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder bei Let's Play Evolve als Jäger. Leider eine Niederlage, aber dafür Ape freigespielt. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020